und herz quack und willkommen zurück nächste runde rainbow six siege mit dem dalu mit dem manus mit dem kontran und mit dem sachsen und lobo moin moin hallo da hat geht ab ja es kann sagen aber so So. Entschuldigung, bitte meine Freunde. Grunde hinaus. Nee, das machst du jetzt nicht. Was machst du nicht? Pack aus, Manus. Nein, lass ihn, lass ihn eingepackt. Lass ihn eingepackt. Ja, pack ihn aus. Nein, der wies. Ach, bäh. Siehst du schon das Thema beendet? Einmal frei. Ich guck unten. Was unten? Ich guck unten. Du tust mal so ein bisschen nuscheln. Ich guck unten. Was meinte ich? Was hat der denn jetzt gesagt? Ich guck unten. Irgendwas mit kippen. Musste ich mittlerweile verstehen hier. Turc, hast du gesehen, Manus? Er wollte schon die Hand nehmen. Ja. Aber... Manus wollte was annehmen. Die Geistert. Die Geistert. Könnt man die Hand nehmen, schöner Jungs. Guck mal, Gamescom. Guck mal, Gamescom. Guck mal, Gamescom? Alter. Bande? Da schießt doch schon einer raus. Ba, 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 ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba, ba, ba-ba, rain. Ba, 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 ba-ba, ba-ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ding, down. Ba, 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 ding, ding, dong. Ba-ba, ba, ding, 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 dong. Alter, bist du verrückt? Einer low. Einer richtig low. Hast du noch den Tisch? Ne, ne, Frost außerhalb des Raumes. Haha, guck mal. Ich guck, ich versuch mal, was ich hier so sehen kann. LOL! Ja, jetzt müssen wir rein. Nice, Manus! Nice! Ja, wir müssen rein. Ja, wir müssen rein, los, er ist down. Beim Reinschwingen. Der liegt noch einer, Sachse. Ja. Nicht mehr viel Zeit. Go, 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 Leute. Ab da, ab da, ab da. Ey, sie lebt wieder. Rechts! Ja! Nice! Holy shit, ey. Ja. Ich hab ihn erstmal durch ihn gesetzt. Da rausgefallen. Er hat's jetzt aber auch fast heute. Ja, dass er es nicht mitbekommen hat, dass ich den da wieder aufpippel. Ja. So spielt man das Spiel, wenn man übrigens einfach reinrushed. Ja, das macht einfach viel mehr Spaß. Ich mach doch viel Spaß. Also ist die Situation überhaupt entstanden? Manus hat die Geisel down. Manus hat nur da Nathos Fenster unter der Geisel hin angeworfen. Das ist wahr. Dann sagt er Lull. Hab ich natürlich nicht gesehen. Ich hab das gar nicht beobachten können, dass es meine Granate war. Ich schon. Du hast nämlich die erste vorbeigeworfen und hast gesagt, ach komm, ich versuch's noch mal. Du hast auch noch gerufen. Ich hab die Geisel down. Ja, die Scheiße ist, die hat mir minus 100 Punkte. So, jetzt gucken wir mal, ob nochmal die Bucknade geht. Zack. Ne, die nicht. Aber jetzt kann ich die da nicht runterwerfen. Ja, eine können wir noch versuchen. Ne, die wird nicht gehen. Meine Äffchen. Was du hier noch? Thanks. Oh, thanks. Thanks. Simi-sangs. Simi-sangs. Du kannst so gutes Englisch. Thank you. Mein Englisch ist not the yellow von der Eck. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das im Englischen geht. Das macht mich Fox Devils Wild, ey. Fox Devils Wild! Mein lovely Mr. Singer Club. Das ist geil! Okay, jetzt ist gut. Kennst du die ganzen Sprüche denn nicht? Reißt euch mal ein bisschen. BAM BAM! Was? Wo denn schon wieder? Fenster. Da, da, da! Beide Fenster offen. Das war wahnsinnig. Das war von der Ash. Irgendwas reingeschmissen? Blend? Und? Hallo! Hier! Irgendwas! Hier! Da seilt sich einer ab! Hat sie ihn abgeseilt. Den hast du doch gar nicht gemacht. Ich bin voll flasht. Ich bin down. Hinter mir. Er hat mich noch nicht gekillt. Ich bin noch weg. Rechts. Er ist an der Tür, links. An der Tür. So, und beider Geisel, Fenster, rechtes Fenster. Dankeschön, Anus. Ah, geil, ne? Rechtes Fenster, da hängt sie rechts daneben. Guckt sie diagonal nach unten. Naja, die hat mich wieder hinter dem Sofa gekillt. Da? Äh, da, das rechte Fenster. Ja, da hängt die rechts. Oder da hängt sie rechts. Oder jetzt hängt sie rechts. Was ist unten liegt? Ja, sie hängt aber rechts, wo sie mich gekillt hat. Von oben rechts, nach unten links. Jetzt sneakt sie, ist wieder auf der anderen Seite jetzt. Egal, lass sie einfach reinkommen. Ich wollte jetzt einen geilen Deagle-Kill holen. Ich glaub, sie ist einfach ganz runter gegangen. Wird die Schlampe. Fuck you. Warte, bis sie sich schwingt. Haben wir da ne Kamera? Ja, da oben. Ja, genau. Wenn sie sich reinstehen, sage ich dir Bescheid. Und dann... Das Code-Wort ist, äh, Helikopter-Landeplan. Wer ist, wenn du beides sagst? Am linken Fenster kommst du da rein. Ja, wenn du dich schwingt. Guck mal, wirst du dich nun zerbrunzeln. Ich sag Bescheid, Gunnar. Jetzt, 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 jetzt! Und... Ah, nice. Kräftsinnig. Du langsam. Du bist gesneakt? Tatsächlich? Leute! Er hätt's aber voll drauf halten können. Habe ich. Du hast ja erst geschossen, als ich schoss. Er hat sonst wohin geschossen. Lauf mir die dreh in die Backe runter. Q&E. Musst du auch mal verinnerlichen. Ja, lass dir das. Das hilft auch nichts, wenn er die Deckenlampe abschießt und die Kugel in meinen Kopf halbbreit. Ja, aber im Allgemeinen, ich hab's immer, man sieht's halt immer. Du benutzt halt die Q&E. Wie gesagt, wenn die Kugel von der Deckenlampe abprallt und mein Kopf trifft. Ist trotzdem im Vorteil. Beim Lehnen lehnst du dich. Ja, aber dann sehen sie ja erst recht. Alter. Ja, aber du gibst nur eine Stelle deines Körpers preis. Und nicht die Hälfte. Ja, der Sachsen gibt auch immer nur die Hälfte, eine Stelle seines Körpers preis. Und die Kohle stimmt. Ja, weißt du, jede Hälfte geht euch ja auch nichts an. Die ist versichert. Das ist gut. Ja, ja. Jürgen, das muss man ja jetzt nicht auch versichern. Hey, 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 nicht rumballern! Ah! Oh! Wie konnte er das wissen? Du warst so gut versteckt. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Für yourself, hält die Geisel. Hey Süßern, 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 Süßern. Oh, hey Süßern. Ach, scheiße. Was wird das? Alter! Was denn? Man muss auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen in die ganze Sache. Zur Abwechslung kannst du ja mal wen töten. Oh! Ohohohohohohoho! Aha. Aha! also rechts die tür ist gekastelt und sonst ist hier im raum selber ist nichts oben kommt einer runter der cap can hier der slive der cap can i have war macht den fertig so sehr gut und die geysel wieder daun wir können gleich wieder rein gehen leute mann uns fused wieder rein ich hab die geysel nein niemals das war nicht mehr der raum niemals habe ich die geysel daung geschossen auf die andere seite durch das fenster beide rein und hier rein ja nur weil der da durchschlitz kannst du da nicht durchschießen doch ich habe ihn ja ich habe dem ziemlich viel schaden gemacht die wand ist ja da noch nicht mal her 2 gegen 4 meine kamera bei der geysel app kam von oben eine kann man markieren ist markiert da ist noch einer markier von links kommt glaube ich langsam runter oder ist da und anderes fenster und kommt zu gehen beide zu gehen ich ein kill bekommen zwei leute dauern geschossen da muss man sich mal anstrengen liefert wow wird mir leid aber jetzt ach ganz easy holen wir das ganz locker ok wenn ihr das auch so im fischmund machen in der pastel dann ja das kannst du machen aber dann würde ich doch nehmen brauchen wir in der hier um den raus die franzosen schon gut ja ja sowieso meine mancherie soll ich dir zeigen meine kleine baguette mann uns hat da kleines baguette ich hab kein kleines baguette hat ein hörnchen ein baguette ist generell nicht klein deswegen habe ich gesagt so ich zeige gern mein kleine baguette ein bisschen baguette generell nicht klein eine silbe auto die werbung ey so schöne hat gepriekelt und die eine flasche von dem bier der böll das war ja krone brauchen ja den fehl den fehl hatte ich mal ein dreizehmer gebracht war schönes stammort prämier um meine bräunde der hat irgendwas gerabelt kennt ihr das bauer bei der bex bekühler von vorn rein ich bin mir sicher wendeltreppe haupteingang wendeltreppe ich will nicht markieren der hat die kamera nicht weggemacht geht jetzt in den raum der wendeltreppe rein geht aber nach links weg nicht zur geile jetzt muss hier sein jetzt nicht mehr zu sehen in der kamera war ja rechts der raum wir haben aber noch eine kamera wenn der treppe ist schild hauptraum der wendeltreppe ist schild geht nach geht nach unten aber schon du wirst da und du kannst jetzt keine maus gucken also eine vorordnung mit der schild hin es ist schild das ist schild das ist schild wieder wendeltreppe pass auf pass auf pass auf pass auf hat man angeschossen er hat nichts gespürzt da sitzt rechts hinter der wand da ist noch eine warte mal oben da seilt sich noch eine abwendet da hat sich noch eine abgeseilt ist auf dem grünen guck zu dir hin da musst du aufpassen ich werde hier oben in die mangel genommen von keine ahnung was hier los ist warum die da oben sind bist du da noch ja der ist immer noch dort der kommt jetzt jetzt durch geht jetzt durch die spürer sind auch leute warte 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 geh zurück denk dran da sind zwei ne da sind noch zwei weitere da ist auch montagne jetzt der andere ist glaube ich montagne schlägt jetzt direkt davor und dahinter ist noch einer scheiße hat mich ich bin jetzt 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 dann ist da unten deine guckt jetzt wieder guckt jetzt wieder ne montagne lebt ja gut kassiert alter das ist scheiße pass auf randy äh wenn er da sind zwei schön der ist down auf jeden fall das schild steht ja einfach nur dort schild ist einfach immer noch genau dort ja scheiße auf den ist nur noch das schild da war ja das schild Azimpanze ucha hier ist live alter er geht die treppe hoch gehört er nicht wäre mehr wie sitzt das ist einfach Nigel oder wer ging aber auch direkt in die fresse er bevor liegt anim Die Leute haben einen Rückschluss, wie ich sage. Drei Leute mit der Deagle geholt, die Runde. Nice. Wer hatte Twitch fast down geschossen? Ja, ich. Die brauchte nämlich nur noch einen Schuss in den Fuß, dann ist sie umgefallen. Ne, die war schon am Boden. Die war injured. Ja, aber selbst da hat ein Schuss in den Fuß gereicht, dass sie dann nochmal umgefallen ist irgendwie. Leute, Entscheidungsrunde. Jetzt reißt du dich ein bisserl zusammen, ja? Jetzt haben wir sie zack zack. Hier das BAM 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 BAM! Will ich ja hören. Aber komm, einmal für mich einen Motivationskreis. Beginn. Wenn wir die Runde gewinnen, am Ende. Wenn wir mit 4 gegen 1 am Ende stehen, sammeln wir uns. So ein Quark. Ja, ehrlich. Nein. Da hast du auf jeden Fall einen Anspruch uns überlegen. Da schlägt einer oben die Decke? Boah. Hast du das da? Ja, Mann. Ich würd mir das gerne von dir wünschen, Manus, dass du da mal alles gibst. Moment, das blödsinn. Ja, das mach ich doch auch. Okay, cool. Das freut mich. Das wird nice. Was hast du noch hier? Haben wir noch eine Luca irgendwo hin? Ne, nur hier in der Decke. Ja. Ja, der darüber macht schon. Angewöhn. 10 Sekunden left. Mal immer schön Buttergeidel aufstellen. Und so. Ich kann ihn schon mal wegmachen. Jawohl, lass. Ne, aber der Geister kannst du die ruhig lassen. Genau, wissen sie es nicht. Öh. Kommt ihr hierher? Weil ich würde die Tür dann zumindest zu machen. Mach die zu. Mach die zu. Die brauchen wir eigentlich noch nicht zu, oder? Okay, die ganze Gang, die Sirm halten hier auf. Hier sind alle fünf drin in dem Raum. Oh Leute, das ist... Warte mal, die muss ich abmachen. Beeil dich, schnell, 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 schnell. Dann, geh doch da auch weg. Sonst kannst du ein Spiel dazu machen. Ja, aber die sind ja hier oben. Ja. Und dann sind die in dem Gang gefangen. Mach gleich. Warte, warte, cool. Komm her. Cool. Alles geil. Alles geil. Komm her ein. Wetten? Oh shit. Schön. Das ist auch direkt gelieft. Hätte ich auch. Oh nein. Oh, die Tügel. Oh, jetzt hat mich. Die Tügel reicht um, Alter. Zwei Stück oben noch. Ich weiß. Boah, der Instant Brape. Ist Sirmat jetzt da und lebt Sirmat noch? Äh, das weiß ich nicht, wer der erste war. War zu weit weg. Könnte noch L oder könnte noch IQ gewesen sein. Da ist er doch. Ah, da oben. Auch in dieser kleinen Kamera da. Nicht jetzt alle sterben, dann easy. Rennt über uns lang. Und bei dir rennen die, denke ich. Ich brauche direkt eine Kamera. Das heißt, wenn die in einen kleinen Raum da reinspringen sollte. Ich hab den kleinen Raum. Ja. Schön. Gegenseitig erschossen. Gegenseitig in die Fratze. Aber wir sehen Kunran's nicht. Nein. Ja, weil du schon tot warst. Weil du tot warst. Ja, Leute. Haben wir mal gewonnen. Das ist mies. Das ist mies. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt einfach in die Kommentare. Und schaut bei den anderen vorbei. Links stehen unten drunter. Auf dem Modulationskreuz. Tschüss. Tschüss.